Statt einer Wohnungseingangstür ein Fenster drin war. Ich habe ein Fenster drin, glaube ich. Ach so, oder? Komm her, komm her, komm her. Ja, schön. Jungs, das ist eine Tür. Nix, 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 Tür, Fenster. Da kommt noch eine Tür rein. Nix, nix, Tür, Fenster, Fenster. Schau mal, schau mal. Sehe ich aus wie ein Weihnachtsmann? Meint die Claire, wo ist Fenster? Nix, nix Weihnachtsmann. Nur, wo warst du, oder? Ja, das war also. Wollt ihr mich gerade bei Eppeln, oder? Das ist ein Fenster. Da kommt eine Tür rein. Nix, nix, nix. Ah, das gibt es doch gar nicht. Leute, können wir vielleicht eine Tür reinmachen als Fenster? Du, äh, Chef, Chef. Hey, das... Meinte ich, ich schreibe mit dem Weihnachtsmann, ich schreibe das Fenster? Nein, nein. Aber im Grunde, wir haben das Fenster. Ich so, Leute, dein Ernst jetzt? Ja, im Grunde, in Deutschland. In Deutschland, wo wir die Tür, das muss die Tür sein, Jungs. Baut das Ding aus, das muss die Tür sein. Da, wo ihr reingefunden seid, da ist ein Fenster und das ist die Tür. Bitte, du das doch auch ändern. Äh, Chef, ich muss, ich muss fragen, ich muss fragen. Oh, das ist eben, glaube ich nicht. Alle, ihr habt's gesehen. Ich dreh gleich durch, das gibt's ja nicht. Also, ich würde morgen mit dem Hauschen abnehmen, wenn das hier in der Tür ist. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Hier sind wir jetzt in unserem Wohnzimmer und da wollte ich euch mal die Fenster zeigen. Ähm, hier haben wir zum Beispiel, das ist ja bei unserer eigenen Stunde, haben wir ein falsches Fenster bestellt. Und zwar wollte ich hier ein Feststellungs-Element, was man damit auch machen muss. Denn hier kommt später nur ein F-Bisch hin und ich wollte praktisch nur was zum Rausgucken haben. Ähm, das werden wir direkt auf Ausbauchen lassen und das Fenster oben dann einbauen. Denn da fehlt noch so ein Drehtippfenster. Aber so was passiert halt und es ist einfach so, wenn viele Firmen zusammenarbeiten müssen und man einfach an so viel denken muss, dann kann es einfach passieren, dass mal kleine Fehler passieren. So wie hier vorne zum Beispiel, hier sind die Fenster auch schon eingebaut. Aber die Scheibenfäden und zwar, weil sie bei der Lieferung kaputt gegangen sind. Also wirklich eins, zwei, drei, vier Scheiben sind kaputt gegangen. Jetzt sind die Rahmen drin und jetzt müssen wir einfach nochmal auf die Lieferung der Fenster warten. Das ist ein Quatschkopf. Das ist ein Quatschkopf. Erwischt. Komm Quatschkopf. Komm wir zeigen mal unseren Zuschauern den Garten den wir bald haben werden. Und da draußen, da haben wir bald unseren Garten. Morgen, Morgen. 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 него, Donald. Ein Moment ein